Servus liebe Leute, heute melden wir uns aus Budapest und zwar in der Fashion Street geht es los. Hier könnte man auch Shopping Street sagen, es sind rundherum Geschäfte, jede Menge Leute, viele Touristen. Rundherum ist aber auch der Adventmarkt, aber dazu später. Viel Spaß mit diesem Video. Rundherum 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 Musik Musik